Hallo Leute und Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Mario's Mask Es gibt mir noch weiter mit The Legend of Zelda Mario's Mask Wer hätte das gedacht wenn der Titel The Legend of Zelda Mario's Mask ist? Egal Oh ich bin schon wieder auf den nächsten Geld Und wir haben den Typen hier kennengelernt Welcher unglaublich nervig ist und ich muss jetzt so schnell da hinten hoch Auf diese Pop Moschee Leiter So Hoch geht's die Pop Moschee Leiter Hoch geht's die Pop Moschee Leiter Gut 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 Dann komm langsam So und nun komm biedeschön Oh shit Mein Kontrahobe will nicht so wie er sollte Äh äh sie zeltsam Sollte ich hier graben? Jaaaa Bitte So Und die haben alle angezündet Und was kommt raus? Ein Geist Oh 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 So Angst vor dir Autsch Und du Ja Let's Wow So Du willst dich verstecken Jetzt kannst du vergessen Ich weiss jetzt nicht ob das nützlich ist, aber ich nehme mich mal in der Flasche mit. Und da oben kommt nicht Ruhe. Wie gut, dass du trist. So, du gehörst mir. Nachschämmer. Was brach man eigentlich nach? Ich hab schon wieder den Namen vergessen. Mann, ist mein Gedächtnis gut. Und was denkst du, was wir hier bekommen? Ich habe es euch schon ein paar Mal gesagt, glaube ich. Und das habe ich noch nie bekommen, was hier hier drin ist. Und zwar eine neue Flasche. Und Sprung. Und Schlandern. Und drinnen. So, dann die Hasenohren. Die Ohren der Hase. Schnell. Und Laufschlampelung. Schneller und schneller und. Oh. 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 Witz war gut. Wir witz ist richtig gut. Wir witz ist richtig gut. Wir wollen mir doch verarschen. Ok. Ah. Ich weiß, wie wir sehn. Hihi. Ich hab nichts gesehen und nichts gehört. wie der aussieht wie der aussieht oh wie der aussieht oh sind die ja die sind irgendwo noch hier egal das muss ich noch einfach etwas muss ich noch machen ich könnte auch gegen das Skelett wieder kämpfen naja egal 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 ist doch einfach egal ich habe etwas wollte ich euch informieren ich habe mir das Ruxios Game Capture gekauft aber ich konnte es noch nicht richtig benutzen da mir ein Compiler-Kabel fehlt aber sobald ich das kann werden Playstation 2 und vielleicht sogar Playstation 3 Videos kommen wo ich da rauf da kommen ein paar meine Lieblingsspiele ja hallo so 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 und ich wollte hier in ja ich kaufe ein bisschen viel Geld aber schon sehe ich eigentlich nicht so was das Problem so du da so das ist in dreiviertelstunden naja ich brauche ja keine Zeit mehr so mein Controller spinnt wieder ein bisschen rum ich mache ja gerne ja ja normal und es wird wieder normal doch was schön ist das ist normal wird und wir können hier einfach nur warten und warten und warten und warten was wisst ihr was auch noch können wir können warten und warten und warten und schlagen lä und schlagen und und mü zu lä lä l l so So, hello you are the people who are herein. Sie ist hier jung, aber er ist etwas besonders seltsam. Aber man hört sich an, er wollte die Maske in der Nacht. Wenn man sie trägt, kann man nicht mehr schlafen gehen. Wenn man das große genau füllen von der Trubin, ja. Du hast die Maske in der Nacht, trägst du diese Maske bitte vor? Ist der Sanft-Bloh-Hammung des Schlafes geschützt. Und das brauchen wir auch einen Mord. Oh, ich habe nichts mehr zu verkauft. Ich schätze nicht, also was ist das zu mir? Ja. Lass es mir auch, was kommt und zeig es mir. Und zwar haben wir noch hier, das da und das da. Was gibst du mir dafür? Dafür gebe ich jetzt eine Probin. Okay, gebt. Ach du was haben wir? Ja, kommt noch das hier. Wie viel gibst du mir dafür? Das ist eine andere Probin. Ja, ja. Hey, klar. Da habe ich nachher sowieso nicht gebt. Vielleicht noch Wasser verkaufen. Was gibt er mir für das Wasser? Das frage ich mich jetzt schon. Was gibt er mir für die... Wasser? Für die Wasser. Was gibt er mir für die Wasser? Was gibt es noch ein bisschen mehr Wasser? Klar, was ich gleich wurde von mir dafür. Ach- ich hätte die Maske anziehen sollen. Und seht euch das an, wir haben alle also eine Maske. Und die Maske ist erst etwas spezielles. wir kommen kommen wir essen ganz 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 zum schluss Niem so holen wir sprechen so wie gesagt ja du kennst mich ja nun ist ein Zoller nicht möchte gerne vier und zwei und es heißt es so 8 Minuten ja das geht noch gut rein und er betet oder so sieht es aus eigentlich betet er noch nicht oder sie ist aber rothaarig wir gehen in die jahre zurück so und jetzt habe ich wieder mal keine ahnung wo wir Herzeile kriegen außer zwei Orte die weiß ich und geflacht drei ich weiß das nicht ob man dort auch einst bekommt aber glaube ich und dann weiß ich drei woche Herzeile bekommt und somit diese Maske bekommen wir noch eine dann das ist gratis aber ich könnte mich eigentlich dorthin und d nachher auch wo es ist dann und zwar dass ich jetzt gerade so komisch gesprochen habe es tut mir leid der Opa er ist er 9 Minuten und sie ist in der Luft der Heiziger der Schuss in die Unik das hat sich nicht gereimt KZ KOPF ja ja Soll ich wissen wollen die mit den Stacheln in den Reiner raussehen Ach, ich weiß noch ein Herstteil, weil das extrem nervig ist. Und was machst du? Holy shit. Du willst mich verarschen, oder? Oh shit, wir haben keine Pfeile. Ach, bald haben wir. So, die Hausnurik haben wir gerade nicht. Ich mache das. Das mache ich auch. Und das mache ich. So, no. Überrasch mit Pfeil, oder? Ein Stock. Einfach ein Stock. Ich sollte immer am Anfang noch kurz dort reinrasen. Aber nein, ich vergesse doch immer, immer und immer, immer, immer wieder. Oh, was geht denn hier? Wie geht's? Hartke. Oh, wir sollten die Zeit verlangs. Ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt. Ja, das läuft uns einfach nicht. So. Wie sind wir nun Seite gehen? Ich stimme nur noch ein paar Sachen. Eine Runde müsste reichen. Oh, du wieder Nichts interessantes, kann ich kommen Ach, komm schon Es wird doch so schwer sein Ein paar Pfeile zu geben Bomben Ich bin ein bisschen Bomben, das gleiche wie Pfeile Und für Energie Pfeile Wir haben drei Stücke Holy shit, falsche Seite So, dann hier noch durchrasen Ähm, dann hier noch durchrasen Dann gehts weiter Ja, wenn man hier etwas angreift, dann kriegt man Geld Hm, ganz schlau, oder? Und wir haben ja schon zwölf Minuten, das ist so gut Liegt gut in der Zeit So, und jetzt du So, und jetzt du Siehst du, gib doch Oh, falsche Maske Richtige Maske So, dann brauchen wir noch den So, dann brauchen wir noch den Und jetzt brauchen wir noch den So, dann geht es um Derot ist Du doch noch da Dann geht es um Derot ist Derot ist Derot ist Derot ist Derot ist So, jetzt müssen wir uns das Bild zeigen, und dann hoppen wir das schon mal hinterher So, und was habt ihr jetzt? Und ob jetzt ein Geronimhaus geht? Und wieder durch? Wow! Das ist mal was schräges So, und sehen wie das da hinten abnein ist Moment mal, der Seite ist auf dieser Seite Wenn wir mal an der anderen Seite kommen, oder auf der anderen Seite? Ach Gott So, dann gehen wir mal hier wieder die Pappel einfach hoch Das ist sicher ein Klebestoff Klebestoffe hier So, und Oh, ja, ich hab Bilder Ja, da Oh, oh, das bin ich ja Ja, und wir kriegen ein Herzteil Und uns fehlen noch vier Herzteile Und das, also vier Herzteile, das bedeutet 16 Herzteile Mann, 16 Herzteile, ich weiß gerade mal drei Ähm Ähm Hust, hust, hust Hust Oh, yeah Das nehm ich mal Epic Lag So, ich brauche den hier Ich brauche den hier Und ich brauche den hier Und ich brauche den hier Ich kenne den ja noch Wir müssen denn immer und immer wieder versuchen, oder? Aber egal, oder? Leider geht das ja nie anders Eigentlich kann ich hier aber schon mal den Part behindern, weil es gerade so ein günstiger Zeitpunkt ist Also gut Dann sage ich hier Bis zum nächsten Mal, Leute Ciao